Musik In der Schwangerschaft wird man kreativ Und bei meinem ersten Kind habe ich damit angefangen Und bin so ab und zu mal wieder dabei geblieben Und mir macht das riesen Freude jetzt Ein paar Jahre lang nur gehäkelt Und dachte mir, jetzt muss ich mal was Neues ausprobieren Und habe ganz viel bei Instagram und Facebook davon gelesen Und dachte mir, jetzt bringe ich mir das mal selber bei Und dann bin ich da jetzt dazu gekommen Und mache das jetzt schon eine ganze Weile Die Verwandtschaft, die Oma wollte ein Stirnband haben Und die Schwägerin und die Schwester Und dann habe ich mir gedacht Ach warum nicht einfach mal bei Svetlana hier im Laden Im Wohnzimmer vorbeibringen Und dann hat sie mich gefragt Ob ich nicht vielleicht einen Workshop machen möchte Und dann dachte mir, ja klar, warum nicht Und so kam eins zum anderen Also es ist jetzt auch mein erster Workshop Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020